Gewagter Zug, SGE. Bist du bereit für eine erstaunliche Enthüllung, die deine Welt als Fan erschüttern wird? Eine überraschende Neuverpflichtung, die der Schlüssel zum Erfolg von Eintracht Frankfurt sein könnte. Die Fans setzen große Hoffnungen in diesen Spieler und sagen, dass er das junge Versprechen als Ersatz für Kolumbani sein könnte. Bevor wir jedoch in die Details eintauchen, Adler Träger, vergiss nicht, deinen Daumen nach oben zu setzen, damit du in Echtzeit über die neuesten Entwicklungen hinter den Kulissen informiert wirst. Jede Woche stellen wir ein verstecktes Talent vor, das das Potenzial hat, zu einem aufstrebenden Star zu werden. Und heute wird der Name Nachoferi von Eintracht Frankfurt in den Köpfen bleiben. Warum wird Nachoferi unterschätzt? Nun, seine Reise bis hierher ist bemerkenswert. Stell dir vor, mit gerade einmal 16 Jahren kam er zu Eintracht und begann als vielversprechendes Talent, in dem er in elf Spielen für die U19 von SGE sieben Tore erzielte. Mit 17 Jahren glänzte er bereits im U21-Team mit 26 Toren in 33 Spielen, im Durchschnitt mehr als ein Tor pro Spiel. Und nach dem Aufstieg des Teams in die Regionalliga Südwest setzte Nacho sein Glanzlicht fort und bewies, dass er ein echter Torschütze ist. Der Abgang von Kolumbani hinterließ eine wichtige Lücke im Angriff, und Eintracht sucht nach seinen Optionen. Und hier kommt Nachoferi ins Spiel. Mit 1,92 Metern Körpergröße und einer kräftigen Statur hat er die physische Stärke, im Männerfußball zu brillieren. Darüber hinaus ist er geschickt mit dem Ball, vielseitig einsetzbar und kann den Ball halten und seine Mitspieler einbinden. Er ist immer noch jung und muss natürlich in einigen Bereichen, wie der Geschwindigkeit, Verbesserungen vornehmen, aber er hat das Potenzial, in der Bundesliga zu wachsen und sich zu behaupten. Er hat bereits während der Länderspielpause mit den Profis trainiert, und seine Leistung hat die Aufmerksamkeit von Trainer Dino Topmüller auf sich gezogen. Nun die große Frage, kann Nachoferi der nächste Kolumbani werden? Sicherlich können wir keine so gewagten Vorhersagen treffen. Aber eines steht fest, bei seinem derzeitigen Preis ist es eine Wette wert. Wenn er sich als konstanter Torschütze etablieren kann, wird sein Marktwert sicherlich steigen. Der Weg, zu einer wichtigen Figur zu werden, mag nicht kurzfristig sein, aber Nachoferi könnte unser Tipp der Woche sein. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen, Adlerträger. Was hältst du von Nachoferis Aufstieg? Glaubst du, er kann eine Schlüsselrolle für den Erfolg unseres Vereins spielen? Ja oder nein? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit. Und vergiss nicht, den Daumen hoch zu drücken und dich anzumelden, um keine aufregenden Updates von Eintracht Frankfurt zu verpassen. Bis zum nächsten Update.